Wenn wir uns momentan die Aktienmärkte ansehen, dann sehen wir sehr hohe Kurse und damit einhergehend auch sehr hohe Bewertungen. Hohe Bewertungen sind nicht per se schlecht, führen aber dazu, dass Investoren anspruchsvoller werden. Unternehmen müssen dementsprechend dann Ergebnisse liefern, die den Bewertungen gerecht werden. Schließlich wollen wir Investoren für das Risiko, das wir eingehen, indem wir Aktien kaufen, also Unternehmensbeteiligungen erwerben, vergütet werden. Im Englischen sagt man in den Situationen, the markets are priced for perfection. Wenn wir den Satz in die Google-Suche eingeben, finden wir auf den ersten zwei Suchseiten Artikel und Videos aus fast jedem der letzten zehn Jahre, wo auf die hohe Bewertung hingewiesen wird. Und das zeigt, Märkte können auch länger hochbewertet sein. Aus hohen Bewertungen ergibt sich nicht zwangsläufig eine sofortige Korrektur. Wenn wir uns exemplarisch die fundamentalen Bewertungsdaten zum S&P 500 Index ansehen, wie der S&P 500 Index Dividendenertrag, das S&P 500 Index Schiller PA Ratio, der S&P 500 Index Price-to-Book-Value, dann sehen wir, dass es zweimal einen Zeitpunkt ähnlich hoher Bewertungen gab, Anfang 2000 und Ende 2021. In beiden Szenarien wurden die hohen Bewertungen in den nächsten ein bis zwei Jahren abgebaut. Während aus hohen Bewertungen also nicht zwangsläufig sofort eine Korrektur folgen muss, ist die Wahrscheinlichkeit dieser jedoch höher. Und tatsächlich ist das auch kein Problem. Es gibt verschiedene Zählweisen für die Zahl von Bärenmärkten. Im S&P 500 Index sind diese sieben Bärenmärkte seit 1980 recht unstrittig. Zur Erinnerung, was ist ein Bärenmarkt? Üblicherweise spricht man von einem Bärenmarkt, wenn die Kurse im Vergleich zu ihrem letzten Hoch um mindestens 20 Prozent gefallen sind. Und trotz der Bärenmärkte lieferten Aktien in den Jahren traumhafte Renditen. Der S&P 500 Index zeigte eine durchschnittliche Jahresperformance von etwa 13 Prozent in den letzten zehn Jahren. Und nun sorgte zuletzt Goldman Sachs für erhöhte Aufmerksamkeit, als sie einen Bericht veröffentlichten, in dem die Analysten die Vermutung äußern, dass der S&P 500 Index in den nächsten zehn Jahren pro Jahr durchschnittlich nur drei Prozent Performance pro Jahr zeigen könnte. Das wäre eine so geringe Performance, dass zeitweise die Gefahr bestehen könnte, dass US-Aktien nicht die Inflation schlagen könnten. Nun, diese Prognose ist recht düster und rangiert zum Zeitpunkt der Veröffentlichung am unteren Ende der prognostizierten jährlichen Renditen, die in einem Fenster zwischen etwa vier und sieben Prozent liegen, mit einem Durchschnitt bei sechs Prozent. Während kurzfristige Prognosen meist das Papier nicht wert sind, auf das man sie drucken könnte, sind langfristige Prognosen relevanter, da diese oft fundamentale Kriterien zur Kursbestimmung hinzuziehen, denn Unternehmenswerte und marktwirtschaftliche Gegebenheiten können sich eben auch nicht vollständig über lange Zeiträume entkoppeln. Und schon ist eine Korrektur oder drohende Korrektur gar nicht mehr so ein düsteres Szenario, sondern vielleicht eine große Chance. In diesem Video wollen wir auf einen Aktienindex eingehen, zu dem es mehrere UCI-DS-konforme ETFs gibt, die nach Goldman Sachs Modellen das Schlagen des SAP 500 Indexes möglich machen könnten. In diesem Video geht es nicht um Empfehlungen, sondern es geht um Überlegungen zu Strategien, die helfen können, die eigene Markteinstellung mit dem beabsichtigen Handeln in Einklang zu bringen. Transparenz ist uns übrigens wichtig und daher verlinken wir den Goldman Sachs Original Report als eine der Quellen, mit der wir gearbeitet haben, unter dem Video. Wenn du dir den Report ansiehst, dann wirst du die vielen beachteten Facetten sehen, die mit Anhängen auf 35 Seiten dargelegt werden. Damit sieht man, dass es sich bei den Annahmen nicht um ein paar aus dem Ärmel geschüttelte Zahlen handelt, sondern um tiefgehende Analysen. Gehen wir also von dem Goldman Sachs Szenario geringer Kurszuwächse über die nächsten 10 Jahre im S&P 500 Index aus. Wie kommt Goldman Sachs auf die Idee, dass der S&P 500 Index, der viele von uns mit Traumrenditen beschenkt hat, in den nächsten Jahren schlecht performen könnte? Wenn man sich die Zusammensetzung des S&P 500 Indexes ansieht, dann stellt man fest, dass der Index kopflastig ist. 500 Unternehmen sind dem Index vertreten, aber die Top-10-Positionen des Indexes sind laut Factsheet zum 30. September 2024 mit etwa 35 Prozent gewichtet. Zehn Unternehmen machen ein Drittel des Indexes aus. Man spricht auch von einer starken Indexkonzentration, die es so in den letzten 40 Jahren des Indexes nicht gab. Das war mit Sicherheit eine Stärke des Indexes, haben diese zehn Unternehmen, Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Plattforms, Alphabet, Berkshire Hathaway, Broadcom und Tesla doch durch ihren starken Gewinnzuwachs überzeugt. Gewinnverdoppelungen waren in den Unternehmensgeschichten keine Seltenheit und das auch noch zu Zeiten, als die Unternehmen dreistellige Milliardenbewertungen hatten. In der Vergangenheit war es aber schwierig, diese Bewertung über lange Zeit auf dem Niveau zu halten, wie anfangs gesagt die Bewertungen auch dieser Unternehmen sind priced for perfection. Wir lasen Informationen von Goldman Sachs, wonach nur 11 Prozent der S&P 500 Indexunternehmen seit 1980 mehr als zehn Jahre ein zweistelliges Umsatzwachstum beibehalten konnten. Trotz großartiger Zahlen sieht man bei den sogenannten Magnificent Seven Aktien bereits einen Rücklauf von den höchsten Wachstumszahlen der Unternehmensgeschichten. Laut Goldman Sachs sieht man aber bei den anderen US Large Caps vor allem auf Sicht der nächsten zehn Jahre Chancen. Und da stellen wir die Goldman Sachs Investment Idee vor und stellen wir die Idee der Experten, die man mit einem Wertpapier, sprich einem ETF, der den sogenannten S&P 500 Equal Weight Index abbildet, hier zur Diskussion. Bei dem Index, der übrigens das Symbol SPW hat, ist die Index-Methodologie vereinfacht. Die Unternehmen werden in gleich großen Anteilen gehalten. Wir haben geprüft, ob man die Goldman Sachs Idee in Europa eigentlich handeln kann. Und ja, das geht. In gängigen ETF-Suchmaschinen finden wir mehrere UC-ITS-konforme ETFs. Wir haben mal über die Liste geschaut und positiv fällt neben der emittenten Vielfalt auf, dass viele dieser ETFs das Index-Thema mittels der physischen Replikation abbilden. Ebenso kann man positiv herausheben, dass es UC-ITS-konforme ETFs mit einem Fondsvolumen von mehr als einer Milliarde Euro und Fondsitz in Irland gibt, beispielsweise den X-Trackers S&P 500 Equal Weight ETF oder den iShares S&P 500 Equal Weight ETF. Etwas schade sind die hohen Gebühren von oftmals 0,2%. Wir greifen keinen ETF spezifisch raus. Wie gesagt, es geht nicht um eine Wertpapier-Empfehlung, sondern um die Investment-These als solche, die wir interessant finden. Was traut den Goldman Sachs der eigenen Idee zu? Da Goldman Sachs gerade für die S&P 500 Index Performance der nächsten 10 Jahre die Sorge äußerte, dass der Index nur noch mit um die 3% pro Jahr sich entwickeln könnte, ist ein Investment in ein ETF, der die Equal Weight Variante abbildet, vielleicht eine Möglichkeit, etwas mehr Performance zu erzielen und den S&P 500 Index in der Performance zu schlagen. Wäre das eine ganz ungewöhnliche Entwicklung? Nein, in den letzten 10 Jahren war der S&P 500 Index seinem kleinen Bruder, dem Equal Weight Index, zwar überlegen und schlug diesen mit durchschnittlich etwa 4% pro Jahr. Aber in der Zeit davor war laut Goldman Sachs der Equal Weight Index in der Kursentwicklung stärker. Von 1973 bis 83 und von 2000 bis 2010 schlug der Equal Weight S&P 500 Index den mehr beachteten normalen S&P 500 Index um 7% pro Jahr. Nach dem Goldman Sachs-Modell können sich die Analysten nun eine Outperformance der Equal Weight Index Variante je nach getroffenen Annahmen von 2 bis 8% vorstellen. Das ist beachtlich. Wenn dich nun interessiert, welche detaillierten Annahmen von den Analysten getroffen wurden, dann geh mal zum Original Report. Wir haben mal einen Schritt weiter gedacht und sehen eigentlich das Prinzip, dass dem S&P 500 Equal Weight Index mehr Rückenwind bescheren könnte, auch bei anderen Indizes erfüllt. Auch ein MSCI World Index wird durch wenige Unternehmen dominiert und auch hier gibt es ganz neu von Invesco einen noch sehr kleinen Equal Weight ETF. Und dann kann man natürlich noch einen Schritt weiter denken und nach ETFs suchen, die nicht von der Konzentration der Magnificent 7 abhängen. Hier können wir ja mal gemeinsam suchen, wie man diese These weiterspinnen könnte. Spannendes Thema finden wir. Was kommen wird, werden wir alle in der Zukunft sehen. Wenn ein so großes Investmenthaus jedoch eine so transparente und ausgefeilte Annahme trifft, lohnt sich ein Blick auf eine Prognose. Was denkst du dazu? Kommt ein S&P 500 Equal Weight Index ETF auf deine Watchlist? Wir freuen uns auf eine Diskussion und deine Kommentare. Bei der Geldanlage wünschen wir dir alles Gute, dein Optionswertenteam. Vielen Dank. Vielen Dank.